Das Bewusstsein ist die Ausgestaltung Ihres Unterbewusstseins, und Ihr Unterbewusstsein wird immer nach dem Abbild dessen ausgestaltet, was Sie glauben und für wahrhalten. Der Reiche und der Arme, der Dieb und der Bettler, alle haben Sie dasselbe Unterbewusstsein. Sie unterscheiden sich nur in der jeweiligen Ausgestaltung ein- und desselben Unterbewusstseins, so wie sich ein Stück Stahl nach seiner Magnetisierung nicht in seiner Substanz, sondern nur in der Anordnung seiner Moleküle, von einem nicht-magnetisierten Zustand unterscheidet. Nachdem ein Stück Stahl oder etwas anderes entmagnetisiert wird, haben die umkreisenden Elektronen nicht aufgehört. Der Magnetismus hat sich somit nicht aufgelöst.